Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Garnetv. Alles über Aquaristik, der Podcast in der Aquaristik. Mein Name ist Lukas Müller und heute erzähle ich euch etwas über meinen Online-Shop und Ladenbereich. Ja, eigentlich wisst ihr es schon alle, seit 2020 habe ich einen eigenen Online-Shop unter www.garnetv-shop.de. Dementsprechend auch seit 2021, April, eigenen kleinen Laden, Showroom. Habe ich auch letzte oder überletzte Woche mal ein Video darüber veröffentlicht. Und ich will euch heute mal ein bisschen was erzählen, denn ich habe immer gedacht, dadurch, dass ich ja ins neue Büro einziehe und sowas mache, habe ich wesentlich mehr Zeit, Videos zu produzieren und kann euch Schritt für Schritt immer so mitnehmen. Das war am Ende so ein Eierfangkuchensalat, sage ich immer ganz gut auf Deutsch, weil so war es am Ende überhaupt gar nicht. Für mich war das natürlich irgendwo alles neu, 2020, 2021. Und ich musste Sachen bewältigen in Dimensionen, so hatte man noch überhaupt gar nicht gedacht. Angefangen hat ja das Ganze, ich habe angefangen, meine Amano-Nachzuchten über Instagram anzubieten. In den ganz normalen Storys. Und die Nachfrage war von euch ja relativ hoch. Ich habe die letzten, ja, sage ich mal, zwölf Jahre, die ich selber Garnelen gezüchtet habe, nie meine Garnelen angeboten. Warum auch nicht? Für mich ist das einfach ein Hobby gewesen. Und ich habe die einfach gezüchtet und Filme darüber gemacht. Und dementsprechend war mir das nie in den Sinn gekommen. Und dann habe ich gemerkt, ey, boah, das sind ein paar Tausend Amanos, ey, das wird langsam ein bisschen viel. Frag doch mal deine Community, ob die ein paar haben möchten. Und die Nachfrage war eigentlich relativ groß. So groß, dass ich gar nicht darauf vorbereitet war. Ich hatte gar keine Fischtüten. Ich hatte keine Gummibänder dafür. Ich hatte keine Boxen, womit ich die verschicken konnte. und wurde so ein bisschen überrannt, tatsächlich von euch, was jetzt nichts Negatives war. Ich habe mich mega darüber gefreut und habe gesagt, oh krass, ist ja mega, mega schön, dass das so angenommen wird. Und dementsprechend habe ich mich dann darauf vorbereitet. Dann habe ich die ersten Styroporboxen gekauft, also wirklich eine Riesenlieferung bekommen. Waren jetzt erst mal gar nicht so viele. Am Anfang waren es knapp so 50 bis 100 Styroporboxen. Aber auch die mussten irgendwo hin, irgendwie in die Wohnung untergebracht werden. Fischtüten, die hatte dann erst mal JBL vorhin gesponsert. Und Gummibänder, die habe ich dann beim dänischen Bettenlager, hießen die dann auch, gekauft gehabt. So ein Hunderterpack. Und damit habe ich gar nicht komplett angefangen und habe halt meine Armanus da angeboten. Und dann wurde nachgefragt, ob du nicht noch weitere Tiere hast. Und ich so, ja, ich habe ein großes 150 Liter Becken, war auch voll mit hunderte oder tausende von Red Bee Garnelen tatsächlich, die ich über mehrere Generationen schon gehabt habe. Aber auch nie irgendwie gedacht habe, ja, warum soll ich die dann weggeben oder abgeben? Weil ich mich einfach daran erfreut habe. Und dann war die Nachfrage natürlich da. Und die Frage, ob ich nicht einfach einen Online-Shop machen könnte, wo ich meine Tiere anbieten könnte. Und dann habe ich das 2020 Ganze umgesetzt. Habe das Ganze ja gemacht. Und das kennt ihr ja auch alles. Und das ist relativ schnell gewachsen. Der Keller musste ja dann her, eine Anlage musste da rein. Erst waren sechs Aquarien, dann zwölf, dann Aquarienzimmer einer Wohnung, musste dann dementsprechend auch aufgerüstet werden. Und dementsprechend wurden es auch immer mehr Pakete. Und die Paketmengen waren nicht mehr handelbar, was den Platz anging. So auch was DHL anging. Und dadurch, dass es ein Wohngebiet ist, war es relativ schwierig, auch für, ja, gewerblich da irgendwas zu machen. Aufgrund einfach vom Platz. LKWs konnten nicht wirklich anliefern, haben die ganze Straße parkiert, wenn man neue Paletten ankam mit neuer Ware. Und das Packen hat auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Man hat für einen Teil, musste man erstmal, keine Ahnung, hunderte von Styroporboxen, Versandmaterial, Aquarien zur Seite schaffen, um an ein anderes Produkt zu kommen. Und dementsprechend war das sehr anstrengend und mühsam. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, nach einer Möglichkeit, irgendwo, ja, die Sachen zu lagern. Für mich war erstmal so eine Lagerbox, so erstmal geguckt und überall umher gefahren, um irgendwas zu finden. Und dann waren wir an dieser Location hier. Da habe ich den Makler kennengelernt, der Eigentümer auch ist. Und wir sind da noch ein paar Locations abgegangen. Und diese Location hat er mir zuerst gezeigt. Die war komplett heruntergekommen. Der Fußboden war blau, überall waren Flecken. Die Tapete hingen teilweise runter, überall waren hier Kabel aus der Decke. Und es sah mega schlimm aus. Ich bin hier rein. Er war noch kurz draußen, weil er mit irgendjemandem gesprochen hat, mit einem Handwerker. Und in der Sekunde, wo er reingekommen ist, war keine Ahnung, ich war nicht mal eine Minute hier drin, habe ich gesagt, nee, lassen Sie uns mal zum nächsten Objekt fahren. Dann sind wir weitere Objekte abgefahren. Einige waren richtig cool, andere waren aber auch viel zu groß mit 400 Quadratmeter und so weiter. Und das war ja eine Dimension, da habe ich überhaupt noch gar nicht drüber nachgedacht. Für mich war erst mal wichtig, dass ich irgendwo Sachen lagern kann. Und wenn ich natürlich irgendwo ein kleines Büro habe, wo ich arbeiten kann, damit ich zu Hause mal nicht 24 Stunden 7 arbeite, wäre es natürlich wesentlich besser für mich. Und dementsprechend sind wir das alles ab. Und da war aber nicht wirklich das A und O dabei. Und dann habe ich mit einem alten Kollegen gesprochen und der meinte so, ja, mach doch erst mal klein, guck doch erst mal. Was war denn das Erste, was du dir angeguckt hattest? Das hörte sich doch eigentlich relativ gut an und war auch gar nicht so teuer wie die anderen Objekte. Die waren wesentlich teurer. Und er so, hm, ja, okay. Und dann habe ich mich nochmal mit dem Makler getroffen und habe gesagt, können Sie mir nochmal das Objekt zeigen, was Sie mir als allererstes gezeigt haben. Und da habe ich einen guten Kumpel mitgenommen, den ihr auch kennt aus den Livestreams, der immer die technische Leitung bei uns macht. Und der war richtig skeptisch auch. Der hat das auch gesehen und machte, boah, gut, was willst du dir da antun? Das sah richtig schlimm aus. Also man kann es sich gar nicht vorstellen, komplett verdreckt. Es sah richtig heruntergekommen aus. Und der Vermieter, Megatyp, auch Props an dem, der hat gesagt, hier, das machen wir, das machen wir alles. Neuen Fußboden rein, wir streichen das, machen die Fenster, lackieren wir neu. Hier, das decken wir ab, da bauen wir was drum und sonst was. Und dann war ich so, ja, alles klar, okay. Ich denke nicht drüber lange, nimm mal nach. Ich platze in uns zu Hause, ich habe keinen Platz mehr. Mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich habe gesagt, okay, wir machen das jetzt. Und dann haben wir uns verabredet, habe den Vertrag unterschrieben. Und, ähm, ja, dann vier Wochen später komme ich in dieses Gebäude rein. Oder gibt es da auch die Videos von ersten Roomtour und so weiter. Ich war hin und weg. Was die daraus gemacht haben, ist unglaublich. Vielleicht denke ich ja dran, mal so alte Fotos einzublenden, wie das hier Ganze aussah. Und, ähm, also für diejenigen, die das auch jetzt auf YouTube schauen, wenn du das jetzt hier irgendwo hörst, dann kannst du ja einfach mal beim YouTube-Video vorbeischauen. Ähm, unglaublich überhaupt. Und, äh, dann fing das Ganze natürlich an. Ich habe das angemeldet und plötzlich waren die Behörden da. Ja, Stadt war da. Und die wollten alle Geld haben, ne? Alle wollten sie irgendwelche Gelder haben, irgendwelche Versicherungen kamen und die ich haben musste. Und plötzlich sprangen natürlich auch, ähm, Kosten auf. Äh, die hat man gar nicht überlegt. Weil, wenn ich was anmiete, denke ich ja, okay, dann habe ich die Mietkosten. Ähm, dann hole ich mir eine Internet, äh, Anbindung und, und kann hier vernünftig arbeiten. War natürlich nicht so, ne? Ähm, Internet für Gewerbetreibende, unnormal teuer, auch nicht eine große Auswahl. Ähm, wir sind hier bei der Telekom und, äh, bezahlen das Dreifache, was ich privat zu Hause bezahle, ähm, für eine wesentlich schlechtere Leitung als die, die ich zu Hause habe. Ohne Wenn und Aber, ich habe da überhaupt keinen Verhandlungsspielraum. Äh, was natürlich eins positiv ist, die sind wirklich 24 Stunden, sieben fallen da, wenn ein Problem ist, dann steht hier ein Techniker und ist auch bis zu sechs Stunden war da, bis das Problem gelöst war. Das muss man sagen, das hat man privat nicht. Trotzdem weiß ich nicht, ob das wirklich das Geld am Ende gerecht ist. Ähm, dann müssen halt verschiedene Versicherungen erfüllt gewesen sein, dass meine hier sind, und die sind auch nicht günstig, weil die bezahlen pro Quadratmeter. Ähm, und man möchte natürlich auch alles abgesichert haben. Ähm, und dann fing das Ganze natürlich auch an, wer sich erinnert, 2017 oder 2018, äh, der Einbruch oder versuchter Einbruch bei mir im anderen Studio, ähm, war natürlich auch hier, hier muss das natürlich auch irgendwie Alarm gesichert werden. So eine Alarmanlage mit rum und dran, dass die Türen geschützt sind, dass die Videoüberwachung hier drin ist, ähm, auch einfach, hat eigentlich so ein bisschen die Rahmen gesprengt. Ähm, war mega interessant für mich, weil ich bin ja so ein bisschen Technik-Affin, ähm, hat mir mega Spaß gemacht, aber ich hätte auch nicht gedacht, die Kosten waren erstmal nicht geplant. Und, äh, so läpperte sich das Ganze und, äh, dementsprechend hat es auch ein bisschen gedauert, bis dann hier Sachen immer fertig wurden. Weil auch die Aquarienanlage, die geplant war, hab ich auch nicht gerechnet, dass einfach mal nur das Regal, oder nur das Aluregal, ähm, über 1000 Euro, äh, netto, äh, kostet. Ähm, ist auch erstmal eine Hausnummer und da sind ja noch keine Aquarien, ich hab da noch keine Technik drin, noch kein Wasser, kein Bodengrund, noch keine Tiere. Dementsprechend war das erstmal eine Riesenhausnummer und, äh, das hat sich dann erstmal so langsam entwickelt. Und, äh, da waren auch erstmal so Sachen, boah, krass, ey, an so viele Sachen hat man gar nicht gedacht. Und wenn man dann auch noch ein Unternehmen anmeldet, ähm, die wollen, kriegt man täglich Post und Leute möchten Geld, diese Register eintragen und blablabli blub. Ähm, also, ich hab mich damit sehr, sehr viel auseinandergesetzt, aber das frisst halt alles sehr, sehr viel Zeit. Und, äh, das hab ich nicht gedacht. Ähm, manchmal hab ich mir dann manchmal so gedacht, ey, wär ich doch bloß in meinem Keller geblieben, ähm, hätt's von da aus gemacht. Aber dann hab ich mir gedacht, ey, dann hätte ich mich völlig überarbeitet, wär immer, immer erreichbar gewesen, hätte immer irgendwie nonstop was gemacht, auch mitten in der Nacht, wär ich einfach so, oh, da seh ich schnell mal eine Nachricht, das bearbeite ich jetzt mal schnell. Und das hat natürlich abgenommen. Ähm, wenn ich hier nach Hause fahre, bin ich, Zuhause, bin komplett ruhig und bin auch komplett entspannt geworden. Und, äh, das hat gefehlt die letzten Jahre, ähm, und, und umso mehr freue ich mich, dass das jetzt einfach mal so passiert ist. Aber auch, wenn ich zum Beispiel jetzt heute sagen würde, morgen früh, dann nehm ich ein Video auf. Ähm, nehm ich mir ganz oft vor, so ab 7 Uhr nehm ich jetzt morgen hier früh ein Video auf und mach das Ganze. Ähm, klappt das meistens nicht. Weil über die Nacht irgendwas ist, irgendwelche neuen E-Mails kommen, also E-Mails kriegen wir so, krieg ich so viele, glaubt ihr ja gar nicht. Äh, Anfragen, irgendwas, ähm, es ist so unheimlich viel geworden, ähm, dass morgens immer wirklich stundenweise nur Abarbeitung von, ja, Bürokram erstmal zu tun ist, sodass es fast 11 oder 12 Uhr ist. Dann hat man erstmal das erste Hüngerchen und wer weiß, ne, wenn man erstmal was gegessen hat, dann kommt das Mittagstief. Ist jetzt bei mir nicht so krass, weil meist lasse ich das Mittagessen eh aus, ähm, weil ich das einfach vergesse oder weil ich gar keinen Hunger habe. Ähm, aber, äh, ich will einfach nur euch damit erzählen, es ist gar nicht so leicht, wie viele manchmal denken, ähm, einfach sowas zu machen. Weil viele legen auch einen Stein in den Weg, auch, äh, ja, Behörden, äh, die ständig immer kommen, irgendwelche Informationen wissen wollen. Ein Zahlungsdienstleister wie Amazon Pay oder Paypal oder Google Pay, Apple Pay, wir bieten ja alles bei uns im Shop an, ähm, machen immer mal wieder einfach dicht und wollen irgendwelche neuen Informationen haben, wo ich mir denke, ey, was wollt ihr denn überhaupt mit diesen ganzen Informationen? Ansonsten können wir sie nicht benutzen, ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Dann hat man Ärger mit unseren Versanddienstleistern manchmal, wobei das jetzt alles besser wird, weil wir jetzt, äh, einen zertifizierten Tierversand anbieten bei uns, äh, das heißt, man kann bei uns bis, äh, bis 16 Uhr am Tag bestellen. Und man hat die Ware, beziehungsweise die Tiere am nächsten Tag bis 12 Uhr zugestellt, was mega, mega toll ist, ähm, zu einem sehr günstigen Kondition, dank euch, äh, aufgrund der großen Bestellmassen, das, das freut mich umso mehr. Ja, und, ähm, ja, das Ganze ist natürlich auch alles nicht mehr alleine handelbar und deswegen danke ich natürlich, dass auch so viele Menschen, Freunde helfen, dass hier, ähm, Mitarbeiter tagtäglich rund um die Uhr immer irgendwie irgendwo behilflich sind, ähm, wir auch gerade jemanden Neuen suchen, also falls du Interesse hast, ähm, bei uns zu arbeiten, wir suchen gerade jemanden, der, ähm, ja, sich um die Aquarien kümmert, ein bisschen Sachen packt, Organien fängt, ein bisschen selektiert, so ein bisschen so das Hobby am Best eigentlich, ja, mit Leidenschaft ein bisschen betreibt, ähm, und dafür am Ende auch noch eine Bezahlung erhält, also falls du da Interesse hast, äh, guck gerne mal bei uns, äh, auf der Website www.ganientv.de unter Jobs bei Ganientv vorbei, ähm, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, ähm, da von einigen von euch vielleicht zu hören, die Interesse daran haben, ähm, denn, das muss man auch immer so zu sagen, diese Verwaltungskram mache ich tatsächlich ganz gerne, mache ich tatsächlich auch ganz gerne, das gleiche ist, ich mache super gerne Buchhaltung, ich habe da total viel Spaß dran mit Zahlen und sonst was, ich wäre auch wahrscheinlich ein richtig guter Steuer, äh, wie nennt man, Steuerverwalter, Steuerfinanzberater oder so geworden wahrscheinlich oder Buch, einfach nur ein Buchhalter, äh, macht mir unheimlich viel Spaß, das habe ich mir die letzten Jahre alles selber beigebracht und, äh, mein Steuerberater, äh, signet das immer am Ende alles ab, eines Jahres vom Jahresabschluss und, äh, ist immer jedes Mal selbst erstaunt, dass er da keine Fehler drin findet oder eine ganz minimale, die ich manchmal gar nicht wissen kann, ähm, und deswegen richtig, macht mir richtig Spaß, frisst aber auch viel, ziemlich viel Zeit und ich möchte das auch ganz gerne so weiterhin machen, ähm, deswegen suchen wir jetzt gerade einfach jemand, der mir ein bisschen abnimmt, äh, die Aquarien zu pflegen. Ist am Ende gar nicht so viel Pflegerei, sondern am Ende einfach, dass die schön aussehen, dass regelmäßig Wasserwechsel passieren, was jetzt immer, was natürlich passiert, ähm, aber ich möchte mir natürlich auch weitere Aquarien, wir wollen, äh, weitere Tiere anbieten oder weitere Arten und dementsprechend ist es alleine nicht, irgendwann nicht mehr schaffbar und, ähm, ja, so sieht der ganze Stand gerade aus und, ähm, umso mehr freue ich mich jetzt, äh, auch wieder Zeit zu haben, äh, durch das neue Studio, durch Plug & Play, euch weiteren Content zu bieten und ich hoffe, ich konnte dir so einen kleinen Einblick, ähm, schenken, ähm, wie das Ganze so ist, ähm, so ein eigenes Geschäft zu führen, ähm, es ist vielleicht auch sehr großes Meckern auf sehr hohem Niveau, glaube ich, ähm, aber, ähm, am Ende will ich mich auch überhaupt gar nicht beschweren oder Mimimimi machen, weil das habe ich jetzt, glaube ich, auch nicht gemacht, ähm, am Ende macht das alles mega viel Spaß, ich bin mega happy, das mit euch machen zu dürfen, ich bin so dankbar, jeden Einzelnen da draußen, der seit 2011, seit dem 8.1., äh, 2011 die ersten Videos geguckt haben, die supporten, die wissen, welche Qualität wir im Shop anbieten, ähm, hier auch Feedback uns geben und, und auch wissen, ähm, was für tolle Tiere man da erhält und, ähm, ja, umso mehr freue ich mich jetzt, äh, auf die nächsten Wochen mit euch und, ähm, ja, abonnieren, mir folgen, Daumen nach oben geben und natürlich einen Kommentar verfassen, wie ihr diese Episode fandet und hast du vielleicht einen Episodenwunsch? Was möchtest du mehr erfahren? Schreib's da gerne unten in die Kommentare und vergiss niemals, schaust du gerne in TV, wirst du gerne in Schlau? Mein Name ist Lukas Müller. Ciao, bis dann!